The Survival Game Beta, let's go! Einen wunderschönen Nachmittag Leute, wie geht es euch so? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wie ich spiele heute mein Spiel, was mir von euch vorgeschlagen wurde, weil es angeblich gut sein soll. Ich gucke mir das jetzt heute mal an, wir drücken jetzt mal auf Play, ich kenne dieses Spiel tatsächlich nicht. Erstmal geht es daran, sich ein Avatar zu machen, als Herr. Ich weiß nicht, sollen wir als Vibe durchgehen oder als Mann, oder sollen wir einfach hier komplett clean, ich weiß es nicht. Oder wir machen uns einfach als Langhaar mit Bart. Das ist, denke ich mal, auch Schnieke. Die 17-jährige Martha Walschack. Die Ghetto-Queen hat keinen Schulabschluss, dafür aber ein Selbstbewusstsein wie ein Supermodel. Wenn du mich siehst, sag MashaAllah einfach die Hübsche. Oder wir machen uns hier so, ich weiß nicht. Wir gucken uns jetzt erstmal an, die Hautfarbe stimmt schon mal so ganz, also so als Überlebender muss man ja ein bisschen dunkler gebrannt sein, sage ich mal. Und jetzt machen wir uns hier mal ein Face. Ich würde sagen, wir nehmen ein nettes Face, weil, I mean, ja, wir sind doch auch ein netter Kerl hier. Äh, Herr, bleibt so Face, okay, bleibt auch so. Und wir gehen rein. Let's go spawn. Wir sind soweit jetzt hier schon drin. Wir haben eine Keule. Und nicht Keule, ein Stein. Okay, diesen Stein gehen wir jetzt erstmal hier zur Insel und hauen den Baum. Ich denke, das ist ganz, ganz clean. Äh, wir machen meinen Chat zu, weil der nervt ein bisschen. Ähm, wie gesagt, das Spiel macht auf mich einen guten Eindruck. Hat auch eine solide Bewertung. Ich meine, 47.000 Likes, dachte ich mir, okay, das können wir mal spielen. Und, äh, uns mal ein bisschen reinfuchsen hier ins Game. Hier ist auch schon einer, der ist vielleicht ein bisschen weiter. Ähm, ja, wir gehen jetzt hier erstmal weiter. Wir fällen mal erstmal wieder ein paar Bäume. Und dann gucken wir mal, was das so alles hier bringt. Oder was man hier alles machen kann. Scheinbar können wir auch craften, indem wir hier einmal, äh, hallo, immer hier alles einsammeln. So, den Pilz nehmen wir auch mal mit. Ich weiß nicht, ob es da irgendein, äh, irgendein Maximum gibt. Wir gucken mal hier. Okay, wir können auf jeden Fall viel lagern. So, wir gehen hier drauf. Okay, wir können hier. So, das müssen wir gedrückt halten, um es zu craften. Hier brauchen wir Seife. Okay, okay, okay. Okay. Das, ähm, wirkt auf jeden Fall alles clean. Äh, Equip. Zwei. Oh, okay. Okay, auf jeden Fall erstmal, dass alles gut erklärt wird. Wir können jetzt hier eine Werkbank hinbauen. Ähm, was brauchen wir dafür? Change Building. Boots. Das hier. Und das können wir jetzt hin platzieren. Wir platzieren das hier erstmal ins Wasser. Weil ein Boot gehört ins Wasser. So was will man mit einem Boot auf dem Land, ne? Und wir gehen jetzt hier erstmal ins Boot rein. So, okay. Wir haben ja mal Volk freigeschaltet. Das ist sehr gut. Und hiermit können wir jetzt fahren. Auch erstmal alles gut. Ähm, ja. Sieht nice aus. Also von der Grafik her muss ich schon sagen, das Game ist wirklich, wirklich gut. Äh, können wir das Boot auch kaputt machen? Ja, das Boot können wir auch kaputt machen. Die Frage ist, was droppt, wenn wir das Boot kaputt machen? Zack. Nichts. Aber wir konnten das Boot immerhin breaken. So, was ist das hier? Ähm, zack, 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 zack. Wir gehen erstmal voll drauf. Wir hauen den Berry-Busch komplett zusammen. Wir droppen Berries. Ich nehme hier einfach mal mit. Weil ich denke, dass wir auch Hunger kriegen. Ihr seht da oben, wir haben Hunger. Wir haben Leben. Und ich denke, das könnte alles sehr praktisch werden. Indem wir erstmal alles sammeln, was uns so hier in den Weg geschmissen wird. Weil ich habe keine Lust später an Hunger zu verrecken. So bin ich ganz ehrlich. Sag ich euch ganz ehrlich. So, wir hauen jetzt hier erstmal weiter. Wir hauen weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Aber wenn ihr gerne Spiele spielt, beziehungsweise welche Spiele auch immer. Schreibt die gerne mal in die Kommentare. Ich werde mir die ja mal angucken. Und wenn die Spiele nice sind, mache ich darüber natürlich auch ein Video. Ihr könnt auch gerne eure eigenen Spiele in die Kommentare schreiben. Ich bin für alles offen. Wenn ihr gute Spiele gemacht habt, spricht eigentlich auch nichts dagegen, dass wir eure Spiele mal spielen werden. Ich weiß nicht, was das hier ist. Aber wir gehen drauf. Zack, zack, zack. Kingdom Banner. Ich weiß nicht, ob wir das unbedingt kaputt machen sollten. Aber, ähm, ja. Mal gucken. Wir hauen, wir hauen erstmal drauf hier. Zack, zack, zack. Wir hauen unseren Stein. Der ist, äh, richtig OP. Der kann Metall kaputt machen. Der kann alles. Dieser Stein. Ich sag's euch. Dieser Stein ist das Nonplusultra des Überlebens. So. Wir haben das jetzt gleich auf 50% runter. Ich bin mal gespannt, was da droppt. Es hat angefangen zu regnen. Ich glaube, das ist kein gutes Omen. Okay, die letzten 10% haben angefangen. Und wir hauen natürlich weiterhin drauf. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und was droppt? Es droppt gar nichts. Dicker, ich hab grad 10 Minuten meiner Zeit damit verschwendet, dieses Teil abzuhauen. Und dann droppt einfach nichts. Mei, mei, mei. Okay, okay. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen werden. Ich werd mal versuchen, hier so ein Viech zu verkloppen. Äh, bam, 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 bam. Oh, okay. Wir kriegen Fleisch und Leder. Ey, bleib stehen, du Viech. Ich brauch dein Leder. Bam. Okay. Wir haben mehr Fleisch und mehr Leder bekommen. Das ist auch sehr schön. Und ich weiß gar nicht, was man hier machen kann. Kann man sich irgendwie hier so, so Inseln, Inseln claimen? Oder so Kingdoms machen? Wir machen mal das. Wir machen mal hier Customize. Ähm, gibt es jetzt eine Ente? Nein, es gibt leider keine Ente. Dann nehmen wir hier einfach mal Grün. Color 2 machen wir hier mal Orange. Das Icon. Gibt es eine Ente? Gibt es eine Ente? Bitte, 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 bitte. Ich glaub, es gibt keine Ente. Aber wir können mal, wir können mal einen Vogel da drauf machen. Ich weiß nicht. Sieht irgendwie nicht so, nicht so, nicht so, es sollte aggressiver aussehen. Rot ist, denk ich, da mal eine richtig gute Sache, ne? Äh, Enter Kingdom Name, Enten. Enten. Kingdom, Ente. Create Kingdom. So, wir haben einen Kingdom created. Wir sind jetzt im Kingdom Ente. Wenn ihr dem joinen wollt, könnt einfach mal hier reinkommen in das Spiel. Wenn ihr seht, dass ich auch spiele. Oder ihr joint einfach mal im Livestream. Weil wenn das Spiel hier gut ankommt, werden wir natürlich auch mal im Livestream spielen. Denn ich denke, dass dieses Spiel sehr, sehr, sehr gut im Livestream ankommen würde. Wir verdrischen jetzt hier erstmal nochmal einen Huhn mit einem Stein. Ey, wow, bleib stehen. Ahm. Bam. Okay. Wir kriegen Hähnchen auf jeden Fall raus. Wir drischen weiter auf die Viecher ein. Äh, tut mir auf jeden Fall sehr leid für alle Leute, die Hähnchen mögen. Wie immer gilt natürlich, Ente wird nicht gegessen. Sollte es in die Spiel Ente geben, werden wir natürlich keine Ente essen. So, weiter drauf gehauen. Oh, wir haben jetzt auch was Rotes an. Cool. So, ähm. Ich schaue mal eben hier weiter. Jetzt haben wir ordentlich was gefarmt. Und, äh. Ich würde jetzt erstmal gerne aufs Crafting gehen. Jetzt gucken, was wir noch machen können. Dafür brauchen wir Rope. Wie kriegen wir denn Rope? Ähm. Woher kriegt man das? Gibt es irgendwie so ein, ähm, so ein Wiki dafür? Das könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Generell, ich bin immer dankbar dafür. Wenn ihr, wenn ich neue Spiele spiele, mir gerne Tipps in die Kommentare schreibt. Denn ich bin sehr lost. Deshalb, äh, bin ich auf eure Hilfe angewiesen. So, wir machen hier erstmal zack. Daraus kriegen wir dieses Zeug hier. Ähm. Ich will jetzt auch mal ganz kurz schauen. Wenn wir zum Beispiel hier so eine Beere haben, können wir die jetzt einfach mal, einfach mal snaggen hier ein bisschen. Äh. Wo steht denn jetzt? Das ist blöd gemacht, dass man hier nicht sieht, äh, wie viel Hunger man noch hat. Wir machen die erstmal, ups, in die drei rein. Äh. Und das können wir mal eben schauen. Nom, 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 nom. Erstmal geht es? Essen, essen, essen. Okay, das geht. Unser Essen geht auf jeden Fall wieder hoch. Ihr seht, aber es geht echt, echt, echt langsam hoch. Und die Beeren reichen nicht so ganz aus, ne? So, wir gucken jetzt erstmal nochmal hier mit einem Hammer, was wir hier noch platzieren können. Change Building. Ähm. Können wir noch ein anderes Boot jetzt bauen? Ja, okay. Ähm. Ähm. Aber ich würde gerne, ähm. Okay, Stühle können wir auf jeden Fall machen. Wir können Werkbänke machen. Dafür brauchen wir aber auch Seil. Kingdom. Okay. So baut man also sein Königreich auf. Ich denke, das ist ein längerfristiges Spiel. Also ich denke, dass wir in diesem Spiel hier wirklich längere Zeit verbringen werden. Sofern es natürlich gut bei euch ankommt. Ja. Wir haben uns jetzt erstmal das Spiel angeguckt. Ihr schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr euch mehr davon wünscht. Ob ihr mehr davon machen könnt. Eventuell mal einen Livestream. Bis dahin. Hauen sie rein. Und ciao. Leute. Also dann. Schönen Abend noch, ja? Und ihr hier noch. Schaffen, ne? Dankeschön. Hahahaha. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. Turn around. Untertitelung des ZDF, 2020